Gebäude brandt, Explosion, Vergiftung, Naturkatastrophe, kriminelle Übergriffe, medialer Shitstorm und Hacker. Was wie spannende Szenen aus einem Actionfilm klingt, ist im realen Leben weniger lustig. Vor allem für Sie als Unternehmer, denn derartige Gefahren werden Ihr Unternehmen lahmlegen. Wenn Sie nicht vorsorgen, sind Mitarbeiter und die Umwelt gefährdet. Es droht Gefängnis. Oder Ihr Unternehmen ist so geschädigt, dass Sie den Betrieb schließen müssen.